So, Freunde, willkommen zu der dritten Folge von unserem, ähm, hier, Scheiße, Formel 1 2016, direkt beim Start raus, ja, wir fahren wieder, Russland, wir fahren diesmal, ich spreche Russland, wieder mit den Leuten im Stream zusammen, und wir sind 13, oder? 13 sind wir, und wir spielen ohne, das ist ganz wichtig, und wir spielen ohne die KI. Und wir sind noch 13. Und wir spielen ohne Kondom, ja? Ich hatte es gerade im Kopf, die ganze Zeit. Alter, das ist der Titel, wir spielen ohne Kondom, das ist der Clickerbait, das ist der Tausend. Und ich hoffe, du hast ein Headset-Kabel dran. Ich hab mein Headset-Kabel dran. Ja. Ja, ich dachte, das YouTube-Video ist kein Ende fürs Noxok. Halb zwei morgens in Deutschland, Alter, ich spiel ohne. Bruder, Mozart, der lange, ja? Ganz kurz, wir sind ja noch nebenbei im Stream. Ja, und es gucken echt 43 Leute, das ist immer der Letzte. Was? Ruhig vorne, ruhig. Es ist das vierte Rennen, und du steckst niemals das Letzte rein. Ich hab gerade zugehört. Vor so ein Lächeln. Ich will doch nur eine Sache sagen. Carine 091188, guck zu. Hello, Carina. Ja, ein Mädchen, Mann. Das ist ein Mädchen-Name, ob es ein Mädchen ist, weißt du auch gar nicht. Kann auch mein Bruder sagen, der hat auch mal Darm sagen. Es gab gerade eine Donation, Scorner77, habt fünf Euro donated. Danke schon. Vielen Dank. Ey, das ist der beste Rennen zeitlang. 48 Leute, wir müssen leider ganz normal fahren, Artieche. Ja, ich bin... Versuch es bitte. Ey, wie geil ist das, Alter? Alter, wir carine einfach Geburtstag um 911, Alter, das muss was heißen. So, jetzt geht's los, Freunde. Wir spielen Russland. So, ab jetzt bin ich weg. 51 Leute sind angegeben im Stream jetzt gerade bei uns. Alter, ey, wie geil ist das denn? Und das ist echt? Kein Rund. Oh, das ist... Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Oh. Alter, was ist das für eine Kurve? Russland ist eine harte Strecke. Ich liebe Russland. Davai, Davai. War Russki. Wie heißt der Scorner, ne? Nochmal vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Scorner. Alter, was mach ich? Was mach ich? Für die 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Ist das voll die kurze Runde? Jetzt gab's noch einen Follower gerade. Ben, ich glaub Ben Ficker 11 oder Ben... Geistern ist Ben Ficker, da ist Ben FC oder so. Geistern ist Ben Ficker, da ist Ben Ficker oder so. Danke für deinen Follower. Ben Ficker. Nur weil hier ein... Nur weil hier ein Mozart der Lange ist, kommt jetzt nicht als nächstes der Ben Ficker. Ben Ficker ist aber wohl, gibt's aber auch. Na klar. Na, 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 aber ich meinst du den Ben Ficker. Alter, die Strecke ist... Alter! Hä, die fliege Reifenteil, die geht mal rauskriegen. Ich hab mich auch ganz gewundert. Was? Hat der immer die Fresh gewahrt? Ja. Warum ist die DHL-Werbung? Ich hab noch einen Follower bekommen. Weil DHL-Transporter ist von dieser Formel 1. Ah. Ey, warte, ich fahr heut zum ersten Mal Formel 1. Was soll das? Wir fahren nicht zu tun, man muss jetzt nur mal gucken. Da hast du so hart gelogen, der DJ. Bitte? Ja, damals, für 100 Jahre zähle ich dich mit. Damals in Neuengland. So. Öffne dein DRS. Ja, super. Öffne, genau, DRS anmachen. Wenn der jetzt so nählen würde, würde sie komplett ausrasten. Der spendet regelmäßig Tausende von Euros. Wer? Ja. Kennt ihr den Typen namens Mota2k? Der Benlinger? Nee, den kenn ich nicht, muss ich sagen. 53 Leute schauen zu euch. Hä? Das ist doch nicht echt. Das ist echt. Nein. Doch, weil du die einzige bist, die es noch macht. Ne, Viewport wäre viel auffälliger. Das wäre doch einmal 100. Ja, aber das ist voll krass. Ja, das ist doch geil. Das Spiel ist heute rausgekommen. Was erwartet? Nee, ich heul gleich. Oh, Freund. Ich hab das noch nie. Ganz cool. Bleiben. Ey, das ist doch schön. Er fettet dann. Ja, ja. Den kenn ich auch, den Typen. Was du weißt. So, wir gucken kurz rein. Ich bin nicht die letzte. Ich bin nicht die letzte. Woohoo. Mike, siebter. Nils, sechster. Ich, achter. Hatice, neunter? Big Manu, zehnter. Der EQ, der mitmacht, elfter. Queen Sun, zwölfter. Und Kessler, dreizehnter. Alter, Katharina mit dem EQ in deinem Team, Alter. Hä? Der hat keine Zeit, der Kessler. Was ist los mit dir, Kessler? Bist du nur da? Ja. Hat sein Auto geschrottet. Er hat auch noch geschrottet. Ich hab mein Auto geschrottet. Letztlich sind da auf einmal Reifmusik hingefroren. Ja. Alter, was ist denn los, ey? Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Oh. Oh, Hans. Hatice, weißt du, warum die jetzt alle zuschauen? Weil du eben so schön getanzt hast. Ja, ich glaub auch. Ich hab's ihnen gekriegt. Meine Tanzkünste. Endlich. Ey, ohne Scheiß. Wo ist Yonne? Wo ist Boris? Wo sind die? Wie ist das mitbekommen? Du bist echt gut mit Sichtberinnerung. Trotzdem nicht in die Mauer. Okay. Jetzt, da wir jetzt ja alle nur echte Leute sind. Passt bitte auf beim Start. Nee. Ich fahr' euch jetzt erstmal volle Kanin. Ach, Sebastian, du bist vor mir, ne? Ab jetzt kann ich nicht mal auf den Stream achten. Ja. Sorry, ich liebe euch. Ich liebe euch so geil. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Wer ist da hinten hier reingefahren? Äh. Das ist... Kann ich nicht reinfahren, weil... Dann bist du zu langsam gefahren, weil hier kannst du Vollgas gehen. Oh Leute! Oh Leute! Ich bin langsam gefahren, weil da irgendjemand weint, der direkt an der Mauer entlang mich zu überholen. Sebastian, alles gut, gut! Boah! Alter, der AQ hat Sebastian... Oh! Der hat gerade Sebastian so weggeboxt, die AQ. Einer ist da voll durchgeschossen. Sebastian, ist was kaputt? Tesla, warst du das gewesen? Ja, ich bin eben reingefahren, weil du auf einmal so langsam wurdest. Ja, weil der Typ neben mir an der Mauer. Ey, guck! Der Mann hat nicht so auffahren. Ich hab Angst. 58 Leute hat... Alter! Der Mannu! Entschuldigung, ich hab's nicht. Ich hab nur gesagt, du bist so auffahrt, ich hab Angst. Ey, 58 Leute. Also, Kessa, tut mir leid. Ah, kein Thema. Ich hab die Situation überschätzt. Ja, Manu ist ja nichts kaputt gegangen, Manu, ne? Nein, nein, nein! Doch, drei Trommelfälle sind grad kaputt gegangen. 59! Halt kommt 69! Alter, der ist grad kehrt! 59, wir stehen auf 10 zu 69. Ganz ruhig, ganz ruhig! Das war ein Orgasmus, meine Rede! Ey, ich bin so glücklich, Mann! Wer ist Erster und Zweiter? Achtung, Lol! Sehr wohl! Hey, bist du Erster? Nein! Hatice, wie du grad frech den EQ überholt hast, ey! Frech? Es war frech! Es war frech! Es war frech! Ey, lass dich grad voll glücklich! Lass mich das! Ich werd heut Abend gut schlafen! Und ein Follow! Und ein Follow! Der Lars! Danke für dein Follow! Oh nein, oh nein, oh nein! Oh nein, wenn ich den Namen höre! Nein, 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 nein! Was damit fährst du denn? Mein Flügel ist kaputt! Kann der Sebastian auch mal eine Runde zu Ende bringen, ohne dass irgendwas kaputt ist? Also, EQ und Hatice gebt ihr euch da ein übelst geiles Duell! Ja, ich krieg das schon mit! Ich find's geil, dass wir's grad ohne KI machen! Es hat schon was! Scheiße, EQ wird mich einholen! Wir haben nicht mehr so vielen Leuten! Willst du gleich in die Box fahren, Sebastian, oder was? Vielleicht muss! Naja, gut! Den kann ich dich überholen, weil den muss die ganze Zeit bremsen! Scheiße, EQ hat mich wieder eingeholt, egal! Gönn dir, Junge, gönn dir! Ich bin so froh, mir den Controller geholt zu haben, ne? Bitte was? Ich bin so froh, mir den Controller geholt zu haben, ne? Boah, Schäfer, du isst keinen! Was für'n schöner Abend, oder? Ja, schön mit Tastatur, ne? Viel Spaß! Ne, das hab ich bei Formel 1 2015 gemacht, Alter! Das hab ich danach wie wieder gespielt! Ich hatte hier irgend so'n Invisible überholt, das geht ja gar nicht! Oh, du bist so froh! 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 Ja, ne? Ja, das ist, glaub ich, mit Boxenstopp! Na klar, du musst so Boxenstopp machen! Oh, schon wieder war Warnung gekauft! Ach, ich mach meinen jetzt! Ach, nee, das sind denn mir, okay, nee, zur den roten Wagen! Ach, die Box leuchtet jetzt bei mir rot, damit ich weiß, dass du in der Box bist! Wenn du gleich ein Team wie erholt bist! Ach so, Hatice, ich überhole dich von der Innenseite! Okay! Oh, du bist so froh! Oh, du bist so froh, du bist so froh! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Eeeh! Krass. Ich muss mir den EQ hier schnappen. Wow, fuck. Damte Scheiße. Auf 1. und 2. Das sind ganz schön der Kampf davor, ne? Kessler, konntest du noch mitfahren oder bist du raus? Ne, ich war dann schon raus, wo du... Scheiße. ... hier reingefahren bist. Ihr fragt wieder einer, ob er gleich joinen kann bei uns beim Game. Ja, können wir gleich drüber reden? Du musst eigentlich mit ihm reden. DSC 23. Danke, DSC. Das ist so nicht echt. Es gucken nur 68 Leute zu. Doch, weil der hauptdeutsche Streamer offline gegangen ist, der gerade da war. Ich liebe den hauptdeutschen Streamer. 68 Leute ist viel. Alter, das hatten wir noch nie. Ey, danke. Ach, der Snooker und der Läuptschrauber sind vorne. Wieso nicht 69? Ja. Ey, das ist richtig geil, wenn wir nur für uns fahren. Dann gibt es nicht so Probleme. Da habe ich ja gerade gemerkt. Gibt's von... Hey, Mike, bitte ruhig sein. Ruhig sein, Mike, ja? Ja, wir haben uns mal wie gedrängelt, ey. Nicht vorbeilassen, blocken, okay. Oh, Panik ist gut. Ey, der EQ, der zieht. Hatice, bist du noch an mir dran? Nein, ich bin schon lange hinter... Ähm, ja, man kann mitspielen. Man kann mitspielen, wir reden da gleich nochmal drüber. Nach der Runde. Ey, danke, Katharina. Du übernimmst den Stream. Ja, Alter, der EQ, voll in die Wand. Da gucke ich voll oft drauf. Voll in die Wand, der Junge nach der Kurve. Äh, yes, you can join the game after this round. Äh, after this match, I'm sorry. Race. Race, yes, race. It's my fault. Ich glaube, wir haben gleich noch drei Leute, die mitspielen. Boah, das wird langsam nice, ey. Dann sind wir 16 oder 15? Das wäre richtig geil. 16, ne? Jetzt sind wir 13, genau. Ja, aber wenn Zuschauer mitspielen, dann habe ich keine Zuschauer. EQ, ich fahre mit dir vorbei, Junge. Bitte nicht an die Wand drücken. Nicht in die Wand drücken, EQ, bitte nicht. Die beiden könnte ich da vorne rauskriegen. Bin hier einverstanden. So, jetzt kommt der Shizu. Das ist mein nächstes Opfer, ey. Den Nils habe ich jetzt schon psychologisch im Sack. Dadurch, dass ich das gerade gesagt habe, seitdem ist er, fährt er unrund. Oh, den hat es da schnell. Wer ist da? EQ? Danke, Sabat 2. Leck mich. Nein. ESC, wir streamen auch noch andere Games. Alter. Wir streamen eigentlich jeden Samstag, 20.30 Uhr und wir streamen immer wieder mal zwischendurch noch, worauf wir noch gerade Bock haben. Aber unser fester Termin ist immer Samstag, 20.30 Uhr. Heute haben wir uns für Formel 1 entschieden. Wir hatten letztens der Sieg streamt, Rocket League, Supreme Commander, Freak Mania, Turbo, bla 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 bla. Oder kannst du alles entnehmen unseres YouTube-Kanals, dann müsst ihr auch ab und zu mal wieder eingeblendet werden oder unten bei den Panels zu sehen sein. Oder du schreibst Ausrufezeichen YouTube rein. Kann jemand... Das sind 71 Zuschauer. Kann jemand einen Screenshot machen, irgendwie, von den 1.7en Zuschauern? 1.7en Zuschauern haben wir übrigens noch nie gehabt im Stream, deshalb sind wir gerade echt geflasht und vielen, vielen Dank an alle Leute, die Zuschauer haben. Sö mal, wer ist denn letzter und wurde jetzt von 1. und 2. schon überrundet? Queen. Was so? Aber ist das doch wirklich echt? Ich bin nicht letzter. Alter, du Schlanglinien fährst, Alter. Ja, weil ich gerade mich aufregulter... Ich überhole dich links. Nein. Nein. Alter, du bist fast dran. Ich überhole dich links. Nein. Alter. Was ist das? Also, EQ, wenn du gleich nochmal mitfahren willst, sehr gerne. Alter, wer ist das? Queen, äh... Queen, bitte lass uns vorbei. Bitte. Ich bin im Leben tot. Danke. Ja, es geht wirklich jemotod. Ich klebe hier sowas von am Nils, ey. Ich spüre seinen Schweiß, ey. Und er merkt das auch, ey. Leute, ich verwende mich ein bisschen ruhig weiter. Es ist so... Ich... Oh, ja. Oh, ja. Was ist auch eigentlich in der Box? Ja, ich eigentlich auch, aber ich fahr nicht in die Box. Geil, ich wurde gehostet. Ich fahr nicht in die Box. Ich fahr nicht in die Box. Alter, Denise, wir geben uns hier so hart gerade. Danke, Mozart, der Lange. Es wäre super, dass es euch gibt. Den kann ich abhauen. Du kriegst gleich auch noch, ey. Ja. Es ist nachts, 0 Uhr. Ja, ja, ich hab noch ein bisschen Sahne für dich. Ja. Ich hab die Kirsche nicht dabei. Fertig, Edwin. Ohlala, was wir denn jetzt haben? Die Kirsche hat die Belohnen. Ja, die hat ich. Oh Gott, was los ist hier? Wie, was ist los mit mir? Das bist du gar nicht. Doch, ich bin direkt vor dir. Und was soll denn los mit mir sein? Nee, das ist Katharina. Ja, die fährt schon in Schlangen hier. Ja, also alle, die mitspielen wollen, nach dem Rennen können wir da gerne drüber reden, machen da noch was. Ich geh grad übelst ab. Das ist Formel 1 und nicht ATS hier. Ich komme nicht an den Nils ran. Mann, was das sieht denn? Ihr könnt dann auch gerne ins TS kommen, die Leute, die mitspielen, müsst ihr aber nicht, wenn ihr nicht wollt. Bleibt hier einfach. Was ist denn hier los? Alter. Wenn ihr ins TS kommt, dann kommt ihr erst in so eine Eingangshalle, wir schieben euch dann in den entsprechenden Raum. Alter. Ja, ist das echt echt? Also, guck mal an den Schirm. Das ist echt. Das ist echt. Hatice. Ich bin ein bisschen reserviert. Was bist du? Ja, ich kann nicht glauben, dass so viele Leute zugucken. Alter, wie ich an Nils klebe, ja? Nils, mach doch einmal den Scheiß. Oh, jetzt habe ich eine 3 Sekunden Strafe bekommen. Aber jetzt macht Nils einen Fehler. Nils geht nicht in die Box. Ja, ich gehe in die Box. Helfen in der Strecke. Also, wenn ihr ins TS kommt, dann kommt ihr in die Eingangshalle, wir schieben euch in den entsprechenden Raum und so weiter. alles. So, Tim, jetzt holen wir uns den Nils, ne? Jetzt holen wir uns den Nils, ey. Oben ist Eke. Ja, den holen wir uns gleich auch noch mal rein. Oh, irgendwie fehlen mir hier die Portrenner-Geräusche. Und diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. So, Sebastian ist da vor mir. Ne. Achso, doch, ja. Sebastian, ziehst du durch oder gehst du auch mal in die Box? Thank you, ich vergesse immer, die RS zu nutzen. Wie macht man das überhaupt? Ich bin sie dann. Aber nur, wenn du eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist. Also, aber schon, dass du eine Strafe bist, wenn du durchziehst, ohne Reifenwechsel zu machen. Wieso, ich war doch schon. Okay. Bei der dritten Runde. In der zweiten. Bei der zweiten. Weil die Minder-Wir wachsen, ich komme da jetzt raus. Ne, ich war in der zweiten. Achso. Von Flügel war ab. Ne, meiner auch. Es wird, der wird heute keine Rolle spielen. Ey, es macht total Spaß mit euch allen so zu spielen, muss ich sagen. Mega, muss ich sagen. Nils, kannst du mal einen Unfall bauen, bitte? Also, und ich bin froh, dass ich mich von euch überreden lassen habe, dieses Spiel zu holen, ey. Und wir sind froh, dass... Ey, wer ist das? Der Marc, alter. Alter, Rina, du musst doch besser werden. Ja, der doch total ist ein Crash, alter. Wie der gerade einfach voll in mich reinfährt. Ja, da war in der Box. Es kommt noch. Weil er mich überholen will. Was wolltest du gerade sagen, Tim? Ja, dieser Marc, ich dachte gerade, der überrundet mich, aber der überrundet mich gar nicht, sondern der fährt einfach nur... Ein Rennen? Ja, der fährt einfach nur ein Rennen und der fährt so hart hier hinter mir, ey. Lass, ich will den am liebsten vorbeilassen einfach. Es macht gar keinen Sinn, dass der da ist. Ist einfach schneller. Schade, Captain, Borny. Ja, genau, wir spielen auf dem PC. Haben wir vielleicht noch vergessen zu sagen. Ich hab das doch gar nicht mal oben rein. Ach, das muss ich mal wiederholen. Mach einfach einen FPS-Counter auf. Und wie viel FPS spielt ihr so? 140. 45. Ich hab einen Caps eingebaut. 66, glaube ich, steht da oben. Aber du hast nur... Ich bin schon die Einzige, die mit so vielen FPS spielt. Du hast nur Full-HD-Monitor, ne, Dennis? Ja, ja. Dafür hab ich einen schlechteren Rechner. Ja, das lohnt sich ja nicht so. Wirklich, find ich. Wieso fährst du denn jetzt nochmal in die Box? Noi. Ja, ich hab eben eine Strafe bekommen, weil ich zu schnell war. Denn die zeigen das auf manchen Strecken ein bisschen spät an. Dann könnt ich ja doch mal Erster werden. Ja. Ich hab nämlich auch 6 Sekunden Strafe. Ja, zum Glück nur. Ich muss einmal durchfahren. So fährst du mein Auto und ich rotte. So, da war ja noch was. Den Sebastian da irgendwie bekommen. Ich krieg dich nicht, Sebastian. Ja, ich krieg Nils irgendwie auch nicht. Wir fahren alle mit rein, auf einem Level, so mehr oder weniger. Ja. Wow. Dass der mag so weit hin. Nee, ich lass ihn nicht vorbei. Der ist auch am Start weggeflogen. Hat noch irgendeiner weggekriegelt. Ja. Wenn die hier durchgewiesen wäre, würde es ihn gar niemand kriegen. Oh shit, Corey. Bei Bessern die zwei. Wir essen da gerade an von Sektor 2. Der ist Zone. Keine Ahnung. Ich hab die Queen. Ich hab die Queen. Jeder hatte die Queen heute schon mal. Alter. Unimitiert. Queen lässt mich vorbei. Dankeschön. Und noch eine 30 Sekunden Strafe. Ja, ja, ich weiß. War Nils eigentlich schon mal eine Box? Nee. Oh Nils. Also du darfst nur vier Sekunden noch gut machen, Loi, ja? Feuer du mal langsam da vorne. Da hab ich Fehler gemacht. Da hab ich Fehler gemacht, Sebastian. Auch nicht. Verdammt. Drei Sekunden Zeitstrafe. Hör auf. Nee, gerade fahrt am Rennfahren. Doch, hab ich keine Möglichkeit. Aber nutz mal meinen Windschirm. Dieser ernste Blick wird geschrieben, hat die Tür. Ehrlich. Ey, ich bin froh. Ich konzentriere mich so mega. Hallo. Boah. Der wird da gerade misshandelt im Hintergrund? Ich weiß, ich hab die Familie. Gelbe Flagge voraus, okay. Ich würd so gern auf den Chat eingehen, es tut mir so leid. Wie viele Leute gehen in den Zug? 62, Alter. Oh, das ist ein Nils. Oh, Loll. 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 Dennis stirbt. Dennis stirbt. Dennis stirbt nach links. Oh, Loll. Oh, Loll. Was da passiert bei euch? Alter. Nein, das Green. Das Green. Das Green. Das Green. Nein. Nein. Katharina, wir sind so hemmungslos, sie scheißt auf alles. Sie hat mich fast gerannt und timmert sich erst fällig über. Hier bist du draußen. Tim redet nicht mehr. Kriegst du keine blauen Flagge angezeigt? Das ist schockiert. Kann ich einen Tipp noch kriegen? Nein, und das Schlimme ist, ich muss sie nochmal überholen. Nicht nur du. Fahr nicht die Ideal. Ja, fahr einfach so wie du jetzt gerade fährst. Passt schon endlich. Sie fährt halt voll Ideallinie, ja? Halt voll langsam. Du müsstest mal nach hinten gucken, wo ich sie jetzt überholt habe. Ey, wann fährst du in die Box jetzt? Ich gar nicht. Ich hoffe, es wird auch nicht in die Box. Alter, wer ist mir eigentlich irgendwie hinten reingefahren? Wer ist hier hinten reingefahren? Ja. Warst du gerade Brain AFK gewesen? Ja, ich war gerade am so reden, deswegen habe ich das mitbekommen. Achso, ja. Keine Ahnung. Müsste ja Nils gewesen sein. Achso echt, ey. Und ich habe gerade irgendeinen weggerissen. Der Baster des Nils dritter. Ja, ich war das. Ja, der Baster des Nils dritter. Ja, der Baster des Nils dritter. Katharina, kannst du irgendwie rechts bleiben? Oder links? Oder irgendwie so? Oder irgendwie so? Katharina, kannst du am besten AFK gehen? Aber man merkt, beide bauen auch ab, ey. Nein, hat die China sich immer vorbei. Ich fang, glaube ich, ohne Flügel gerade vorne. Ja, deswegen konnte ich dich auch kaschen. Ja. Etwa fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Komm, Sebastian, Sie! Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ist doch schön. Das scheiße. Wir müssen schon fahren. Zwei? Ja. Ja, ich laute ein. Mal sehen, was wir in den nächsten kriegen machen. Oh-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Arti-ca ist zwölf Sekunden hinter mir. Das sollte ich halten können. Alter, ihr battelt euch da. Ja, ich krieg den eh nicht mehr. Hast du Strafe? Nee, aber ich hab die Strafensstrafe. Die hat's kaputt gemacht. Wer hat's kaputt gemacht? Nicht du, ausnahmsweise Neee Kannst du ein Auto noch kaputt fahren? Noch ist nicht zu spät Was war das? Ja das war... Das war total spät Scheiße Verlacht das Frack Ich bin voll gerne gegen die Mauer Weil du mich abgelenkt hast Wie? Jaaa Ich hab nichts gemacht, du hast mich voll weggekippelt vor den Beinen Sind immer alle an der Schuld So oder so Erst recht bei den Frauen, das hab ich schon immer gemerkt Ey Du hast da als Spast oder so beschimpft Oh Alter, versuch's zu holen Pfff Nein Ich hab in der Kurve So krasse Probleme ohne den Flügel Sei froh, ich meine Du bist nicht als Hurensohn bezeichnet Das ist ja echt weinig, ja Es ist dann nur so ein Pulti-Spur an den Kopf geklatscht Müsste drin sein, ich hab immer noch 12 Sekunden Abstand zu Attice Scheiße Aber 8er Flass, das ist traurig 1.10 wieder auf 7 ist schon ok Pfff Das Start wüsste mal besser klappen Aber ich wär echt für Malaise gleich mal Malaise ist n nice Aber wir machen was dann ist das Thema Äh Das hat er jetzt gemacht Jetzt? Du warst disqualifiziert, er warst für ein Reifenmischungsstandort Oho! Hast du doch nicht gewechselt Der hat ja doch gesagt, du musst die Reifen irgendwann wechseln Sonst wirst du disqualifiziert Ja Der hat aber vielleicht nen Reifenplatz oder irgendwas gehabt Ja ja, hat er Hat wurde angesagt Ich hab Gelbe Flagge, Reifen geplatzt Aber ich scheiße ja Das hat dir immer gesagt, dass du die Box haben musst Achso Egal, nicht schlimm Egal, nicht schlimm Nicht schlimm Nils Komm Sebastian, schnell Ein bisschen Learning fürs nächste Mal Ne Was? Kein für uns beiden Ja, ne ist egal, wir sind gleich das Team Aber der Makler ist hinter uns Der Ziel Ja, wirst du schön blocken Ja gut Ich bremse ihn aus Irgendwer ist hinter mir Ich Oh nein Ich wollte nicht letzter werden Kannst du nie werden Ich hab's geschafft Glückwunsch 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 dann an's du gehen Vierte Rennen Er macht's endlich mal Er bringt's mal zu Ende Und dann sind gleich die Erstwunsch Außer Ne, der Schrauber ist erster geworden Der hat Wäre erster geworden Gibt Stoff, Sebastian Ne, du bist glaub ich auch erster geworden Aufgrund dessen, weil ich die vier Straßen Ich kann nicht Das ist der, der kommt, der kommt Wenn du drei hattest, hattest du da bestimmt neun Sekunden, oder? Ja Ja Sehr nice Ja bei mir steht jetzt Für 100 Danke Gott ihr Leute für deinen Follow Da müssen wir jetzt zum Ende mal gucken Nice Ich finde wir haben das Aber ich dachte nicht, dass die Reifenplätze waren Wenn die Reifenplätze Noch recht zivilisiert gemacht Ja Naja Oh, anders bist du jetzt auch nicht bei Formel 1, ne? Das ist schon seit 2012 oder so Du musst auf jeden Fall einfach die Box rennen von Ja, aber man muss sehen, das ist doch ausbaufähig, ne? Guck mal mal rein, Leitung Was steht denn da? Ne, da stehst du an erster Stelle Da wollen wir noch nicht die Punkte an, die wir in die Strafsekunden reingressen Boah, was zu trinken hier holen, ne? Was haben wir denn hier? GQPlays hat das auch so Hey, danke! Jetzt kommt das Gesamtergebnis gerade Hier Strafengepricht Also Der erste Platz ist hier, ähm Geht an den LoL-Schrauber Wer nur eine Strafe hatte Luke hat noch eine Luke ist Zweiter Déjà-vu Dritter Dennis Vierter Mark Necht ist Fünfter Digmanu Sechster Ich bin Siebter Hatice Achter Herzlichen Glückwunsch Mike Neunter Queen Sun Zehnter AQ ist Elfter Und Kessler ist, tut mir leid du bist Zwölfter Und Nils ist sogar Dreizehnter Ab dem neunten Platz Durch, durch DNF, ja? Thank you, Gontir Ich danke allen Leuten, die mitgemacht haben an dieser Folge Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Macht's gut Und bis dahin Ciao Also ich glaub oder Drei Drei